Hallo meine Lieben, ich bin wieder in Köln und ihr kriegt mal ein kleines Update von mir. Mir geht es jod. Ich war gestern bei den GQ Awards. Den Tag davor war ich bei H&M für Balmain. Jetzt bin ich wieder in Köln und wollte euch fragen, ob ihr mal ein paar Cover von Wild & Free machen würdet. Es gibt schon ein paar, aber ich würde gerne wieder so eine Playlist machen. Und ich freue mich immer so, wenn ihr so tolle Videos hochladet. Also covert, was das Zeug hält und dann mache ich eine Playlist von den tollsten Covern von Wild & Free. Ich freue mich drauf. Tschüss!